So, zurück bei Donkey Kong Country 3, immer noch mit... Heyman? Ja, genau, hier mit den VIP-Games. Ja, und... Und ja, weiter geht's. Ja, genau, wir haben ja dieses... In dem Level hier haben wir ja den Code geknackt, hier den Renn-Code von dem Bernie, und dann gehen wir jetzt erstmal hin und erzählen ihm das Brubham. Genau. Bla 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 bla... Yo, can't have beaten my time. You've made me so angry, I could... Jetzt ist ein mega-aggro auf uns, und... Seht ihr, was passiert? Ja, so ein Baumstamm geht heftig. Ja. Ich mach das aber nicht, kann ich ja nicht. Doch, du machst das. Ach ja, stimmt. Siehst du? Was war das für ein Level? Jetzt kommt's. Ah, ne, das mit... Oh, ne! Oh, ne! Nee! Oh, oh! Das ist das mit dem... Elefant, oder? Warte mal, wenn du dagegen kommst, ne? Hä? Äh? 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 Was war das denn jetzt? Egal. Das wäre ne Zeitlupe. Okay, aber gar nicht. Oh, diese Scheiße, die hasse ich wie die Pest, ne? Ich auch. Kannst du dich nicht noch erinnern? Ja. Das ist ein Dreckslöffel. Ja, ist ja gut, Mann. Ich saug ja schon. Äh... So. Quiek, nicht quiek. Puh! Alles klar. Chill, chill. Jetzt nach oben. Hey! Wasser mitnehmen. Man weiß ja nie, wofür man's gebrauchen kann. Genau. Bonuslevel ist egal. Weiter geht's. Ja, scheiß auf Bonuslevel. Nein! Nachher wäre schwer, wenn du nur nach oben zielen musst. Brrrr! Und mir bist du reingefallen. Ach du Scheiße. Hey! Mal den Teufel nicht an die Wand. Stirrrr! Stirrrr! Ja, die Roten sind nicht gegen alles, unverwundbar. Stirrrr! Nein! Uh! Oh! Oh! Ich muss selbst einen Weg fahren. Scheiße! Ey, warte mal! Wenn man da hinten... Kann man den kaputt machen? Festfisch? Ich glaube nicht. Warte mal, ich hole mal einen Dynamitpass. Wir werden's ausprobieren. Das wär ja wohl cool, ne? Ja, das wär echt cool. Ich lass das einfach so ins Wasser fallen, mal gucken. Stirrrr! Oh! ÄH! Jetzt viel Spaß beim draufgehen! Oh! Es geht gar nicht hoch! Ja, ist doch im Wasser, also wohl klar. Ja, trotzdem. Oh, was ist jetzt hier, ey? So. 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 Der Kollege! Haben wir! Dave! Ah! Hälfte! Das ist immer gut! Darf ich auch mal sterben? Das ist glaub ich kein Fisch. Weil wir noch mal Glück gehabt, ey. Piranha! Hallo? Äh, jetzt hier aber! So. Sati brate hier! Hallo? So, da sind wir wieder. Ich hatte ein Disconnect und jetzt müssen wir das ganze Level nochmal machen. Viel Spaß! Leider, leider. Es hat gerade schön funktioniert hier alles. Ja. Da kommt der Dan und sagt, äh, 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 warte jetzt aber... Ach so, warte, oh, das war jetzt aber echt unklug. Warte mal, jetzt mach mal das aber nochmal. Ey, das ist doch hier! Verarschung ist das hier! Ist auch! Ich will porte die hier einfach hier und sicher. Ich will porte die hier einfach hier und sicher. Ich hab's noch. Nachhaltig da, ey. Ja, stirb halt da, ey. Ich bin aggro. Weißt du kannst ja nix für, aber... Heftig abgespritzt. Voll in die Visage von dem Scheiß Ding. Hey, toll, jetzt kriegen wir nur ein Onk. Jetzt nach oben. Boah, nehm. Perfekt gezielt. Kannst nicht lernen. So, warte mal. Jawoll. Oh, äh. Oh, äh. Ich konzentriere mich hier gerade heftig. Ich will nicht schon wieder so verkackten wie der letzten Aufnahme. Nee, nee. So, jetzt stirbt der Fisch. Wir sind die Pros. Ach, egal, scheiß auf die Herrenmünze. Ach, egal, scheiß auf die Herrenmünze. Ja, dann brauche ich das hier auch nicht. So, jetzt stirbt der Fisch. So, bis hier sind wir gekommen, oder? Oh, voll gegen den Kopf. Ja, ja, ich glaube schon. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Oh, über dem hat's doch so gut geklappt. Na, jetzt aber. Ach ja, die Mitte, genau. Und hier war ja nix. Ja. So, jetzt geht's weiter. So, hier waren wir noch nicht. Nee, hier hat's grad aufgehört, wo ich hier reingehen wollte. Und dann dachte ich erst mal, Controller hätte schon wieder gespuckt. Ja, diesmal war ich leider schuld. So, ist da unten? Ja, leider, leider. Ja, da unten ist so ein Dings, aber will ich nicht. Ja, da kommt man eh nicht hin. Also nicht. Oh, hier hat der in Katzen neu erinnert. Oh, ha, 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 ha. Wie ewig du dafür gebraucht hast. Hier, guck mal, so macht man das. Ja, kein Kommentar. Ja, ja. Schade eigentlich, dass du das nicht machen musst. Komm, ich sterb mal mit Absicht. Nein. Mach dein Level jetzt fertig. Hör mal auf, Kasper, ey. So. Ich fliege gar nicht rankorn im Level. Ich mach gleich den Gegner oder so. Ach. Alter, leck mich fett, ey. Ich bin so gut. Puh. Jetzt stirbt er noch. Jetzt muss wieder noch. Wenn dann schaffst du das ja nicht, ne? Du hast auch zwei Schüsse gebraucht. Ja, und? Du hast zehn Millionen gebraucht. Ja, guck da. Baby in your face, alter. Ja, wenn ihr mal Fails sehen wollt, dann müsst ihr auf seinen Kanal gucken. Nein! Da ist das noch. Aber das sind nur die ersten zwei Parts oder drei Parts. Achso, ja, genau. Hey. Da, da, aber. Da, 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 da. Da, 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 da. Du machst mich arges. Warte, vielleicht einfach so? Einfach, äh, ja, oder so. Oh. Funktioniert. Oh, ja, ja, ja. OUY, das kann man jetzt einfach gar nicht mehr verfehlen. Hallo. Wie sicher? Wie sicher du verlierst? Alter, ey. Oh, was denn? Oh, was denn? So, jetzt aber hier. Freie Zone. Oh, oh, jetzt noch sterben. Übel wie du abgehst. Dafür gibt's die rosa Fahne. So, ich bin dran. Mach ich auch. Aber nicht verkacken. Ich schreib's nicht auf. Oh, das ist schwer. Entgegen des Uhrzeigers. Mist. Und wieder ein Bananenvogelmeer. Yeah. Guck, die geringen da unten wackeln schon mit den Händen. Die wollen essen. So, jetzt kommt die eklige Spinne. Ah, die kann man auch besser machen, wenn man ich isst. Ja, leider ist das so. Serious. Aber egal, du schaffst das schon. Ja. Jetzt, gleich potzt die doch. Genau, genau. Ah, ja. Ist bekannt. Ach, noch nicht. Gleich, gleich, gleich. So. Jetzt, oder? Ja. Erst drei, und nachher werden's fünf. Kann wohl sein. So genau weiß ich das nicht mehr. Ups. Super kackt. Ah, wieder unten in der Ecke. Ja, dazu wird man nie getroffen, ne? Ups. Jetzt kommt jetzt weiter hier. Voll er ist es. Die Musik wird schon schnell, Dan. Ja, ich beeil mich. Ist noch ein Hit. M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. Oh, das war rápido. Die poderinnen und saunage. Oh, der wird aber knapp. Oh, das war immer knapp. Whew, ging doch noch mal gut. Und stirb. Und jetzt stirbst du. BAM. Oh, das war knapp, du warst nass Rouge. Ja. So, wir haben ein Pflaster, yeay. Wir tragen jetzt ein Pflaster, um uns den Hoovercraft zu machen. Yeah. Also die ersten beiden Welten sind schon fertig. Das ging doch schnell. Warte mal. Da oben war er ja nicht mehr, ne? Na. that maybe, später als dass irgendwas gemacht wird. Also, zurück... Ich teile es mal zurück und hol uns den Hoovercraft. Zurück nach Funky. Fockidonkeydonkey, eh, eh, eh. Der Patch? Oh, ja, das ist was ich brauche. Okay, dann bauen wir was daraus jetzt. Lava nicht. Lava nicht, aber weiter. Just a couple of seconds, Kongs, and I will get you a cool new tub. Oh, you tub 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 Okay, das nehmen wir. Jetzt können wir über Steine fahren. Schwimmen. Was auch immer. Genau. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Ich verkax' eh. Das ist voll schwer. Aufschreiben! Und, ne, nicht schieden. Nicht aufschreiben. Okay. OOOHOHOHOOO. Ich will kick von dir! Ja, kann ich verstehen. Gshhh, jetzt können wir weiter. Später, da kommt man mit diesem heftigen Schi-Ding. Jetzt können wir uns entscheiden, ob wir erst die... Ey, warte mal! Was geht hier? Haben wir schon! Ob wir erst die Fabrik machen oder die Wasserwelt? Nee, Fabrik ist... Fabrik ist voll schwul, ey! Wasserwelt! Genau! Das ist die Fabrik, ey! So, der Bär macht erst nix... Ah, du kannst aber jetzt mal... ...wieder so'n... Ja, aber... Ja, du machst... Nee, das kannst du gleich machen, Alter! Nee, nee, nee... Ich hab's dir nur schon mal aufgemacht! Okay... Ich verkack's sonst nur und das ist voll peinlich! Zu dem Level da geht's gar nix! Okay... So gut ich hab, dass du vorstuhl! Ich bin vorbereitet! Okay... 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 Und keiner kann so gut wie ich... Wow! Wow! Das war schon krass! Ja, ihr merkt, das ist gegeneinander, nicht zusammen! Oh... Na? Das... Scheiß-Drecksfische... Ah, die... Aber ist erst immer so länger in der Abklaz... Das ist einfach heftig gewesen! Aber die Mucke ist geil! Wo? Ja, die geht ab... Kann man hier nicht irgendwo nen Fisch bekommen, da unten? Ja, du... Ey! Nein! Da gibt's nen Fisch! Ja, so'n, so'n, so'n... Ne? Wird man da nicht so'n Fisch? Ja, so'n... Ongard heißt der, glaube ich! Oh, yo! Oder auch nicht! Oder doch! Ich weiße nicht! Glaube schon! Später vielleicht, oder so? Ja, und wie sollen wir da jetzt wieder rauskommen? Tja... Einfach nicht hingucken, guck! Einfach nicht hingucken, guck! Schnell hoch! Und dann klappt's auch mit den Nachbarn! Kennst du den auch? Kennst du hier? Hm? Warte mal! War das hier nicht irgendwo lang? Da links? Oder, oder so? Nein! Oh! Nein! Nicht abklatschen! Ich... Ich... Ich check grad ab, wo's den dopen Fisch gibt! Hier gab's doch jedenfalls so'n Fisch! Uuuuuh! Oho! Abklatschen! Nein! Na, Mitte! Was ist denn da Mitte? Miterreicht! Mit... Mitfass! Achso! Leck mich im Arsch! Bin ich konzentriert, ey! Ich... Ich level das Ding hier aber durch! Oh! 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 Da hat er's wieder versucht! Da hat er's wieder versucht! Oh! Hier runter? Whoa! Ist da nicht irgendwo ein Fisch? Oh! 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 Ja! Ich hab zum Abzugklatschen! Hier, Baby! Jetzt runter, Alter! Sing doch mal schneller, du Scheiße! Ich weiß, du bist eigentlich nicht... Nein, da unten... Nicht nach links, nicht nach links! Geh nach rechts! Oh, schwimm nach rechts! Nach rechts! Was ist da unten? Das ist doch Scheiße, glaube ich! Ja, er geht da einfach hin! Ja, rennt! Fisch, Mann! Jetzt kann ich dir auch tot machen, glaube ich, ne? Na klar, du kannst doch mit dem Kreis... Also mit dem rechten... Mit dem rechten... Da kannst du... Oh, hier! Ich hab dich wieder geholt! Den kann man jetzt pieksen! Oh! Oh! Voll der Fisch! Meine Güte, du! Das war's schon! Jetzt aber mal hier ein fettes Geh eingesammelt! Onk! Warte mal, hier war irgendwas, ne? Ja! Genau! Genau! Ey, Satanschwede! Ey, Junge, der ist mein King! Und hier unten war nix mehr? Ne, ich dachte... Wie du mal die Level beendest, ey! Ich will auch mal! Ja, dann musst du... ...leiter lernen zu spielen, denn... ...da unten ist dein Paddle Level da! So, Bounty Bay! Jetzt fesse halten! Rechts, links, rot, grün, Fahrrad, Sattel, Helm, Sattel, Helm, rückwärts, rechts, rechts... Oh! Oh! Das waren nämlich sieben Stück auf einmal! Oh! 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 Ah! Ah, ich weiß! Ah! Das ist... Das ist scheiß! Kacke, das Level! Genau! Das kann man auch besser machen, wenn man nicht ist! Außer diese fetten blauen Gegner, die kann nur ich kaputt machen! Genau! Da kann ich nur so doof drauf umspringen! Ja! Bei mir bist du gestorben! Kommst irgendwie! Ich war schon wieder voll einsatzbereit hier! Das kann haben wir diesmal! Das ist gut! Ja! Ja, aber wir wollten nur noch Ong einsammeln! Ah, komm! Einmal muss das auch sein! Nein, diesmal warte ich! Ja! Oh, ich hab wieder gesprungen! Ich hab wieder ein Brain! Ah! Ah! Ich wollte erspringen dann doch nicht und dann doch wieder springen! Das hat nicht so gepasst! Oh! Bei mir bist du gegengelaufen! Oh! Ich hab... Ich wollte nur die... Ja! Ich dachte dabei noch ne zweite! Ja! Das schaff ich nicht! Den Sprung schaff ich nicht! Mit dem fetten! Ja! Na ja gut, dass du gestorben bist! Ja! Ah, hier Hälfte haben wir schreit! Das ist schon mal gut! Toller! Oh! Dann bin ich wieder ab! Das ist ein bisschen confused! Ja, du wolltest nur haben! Ja! Echt jetzt! Aha! Oh! Jetzt, Alter! Das wird ein schwerer Sprung! Huh! Weißt du, wie oft ich da schon dagegen gekommen bin? Oh! Der Vogel! Da rechts war der Vogel! Ja, aber... wenn man hier links lang geht, dann... sieht man, wenn das Licht angeht! Das hast du Vogel gar nicht mehr! Egal! Ja! Kann man hier mitnehmen? Egal! Achso! Oh! Ich dachte, man muss hier links lang! Oh! 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 Nein! Ob du schaffst, ihn äh... lebendig heimzul軸... Nee! Kannst du vergessen! Ja! Da sollte eigentlich keine Schwierigkeit werden! Kann man dich nicht totpiksen? Näää? Nääää... Bis dann stirbt er... Ja! Everyone dies näier ist heric Arduino... Wow... So lange nicht sterben?! Sein logos interrupt... Huh... Jawoll, Alter! es geht hier ab eigentlich was das auch sauber leben ja das ist normal das ist von den körper so ein geräusch also wir müssen gleich den patenten sehe ich das mache ich das ist hart das ist schwer das muss man das ja genau ich habe keine ahnung das hat man auch geschafft meine meinung dass das irgendwie so muss ja ja warte so schnell nicht also auf jeden fall langsam und dann dahin gehst in den siehst du machst dann macht er aber manchmal ich muss das ich darf nicht runterfallen gleichzeitig weißen oder etwa fällte irgendwo ein Jahr genau sie gelandet ja sie sind war ja gar nicht so weit das ja einfach und kommt das an der kann ich springen oder der kann einfach nicht bringen so bis zum nächsten Tag bis zum nächsten Tag